So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Franz Talkt und ihr seht hier weitere Finisher-Variationen vom Jackhammer von Mike Iceberg im Spiel 5 Star Wrestling. Ja, diese Videos kamen vor kurzem raus und hier seht ihr ein paar Variationen. In diesem Fall, wie gesagt, von Mike Iceberg, dem Pendant, zu Goldberg. Und im Anschluss sehen wir auch noch eine Konter-Animation wieder vom Cutter. Erstmal gucken wir uns das hier nochmal an, das müsste der Tired-Finisher sein vom Top-Rope. Ähm, ja, einen Moment. Was gibt's hier, was gab's da noch zu sagen? Achso, nee, ich dachte, ich hätte sonst noch irgendwas gelesen. So, jetzt kommt diese Konter-Animation. Jackhammer into einen AKO, wenn man so will, jetzt auch nochmal mit schönem Effekt. Und jetzt kommen wir zum R5 into AKO. Schön gekontert, wunderbar, ausgeführt von, also, ne, gekontert wurde Ragnarbrück, a.k.a. Brock Lesnar, wäre nicht parodiert, parodiert und so, ne? Ja, das war's eigentlich schon. Was sagst du zu diesen Animationen? Ähm, die Entwickler sagen, es gibt sofort, oder es gibt dann komplettes Gameplay-Footage von Matches, sobald das Spiel fertig entwickelt worden ist. Und, ja, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und was nicht alles. Und lasst doch, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben für dieses Video. Und nicht vergessen, für weitere 5-Star-Wrestling-Info-Videos und Let's Plays einfach meinen Kanal zu abonnieren. Ansonsten, bis wie ihr seid, euer Franz, euer Franz Zockt, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss!